Der Kriegshäuptling stellt sich stumm, Grimm allein. Ich muss... Saue... Fang! Wie nett. Publikum. Steht still, Allianz-Abschaum. Seht, wie ich einen eurer größten Helden niederstrecke. Ein ehrloser Schlag. Ich... schäme mich. Grundlos. Das habt ihr gut gemacht. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Mein Sieg stand nie in Frage. Er hätte nur meine Zeit verschwendet. Setzt ihm ein Ende. Nehmt euch einen Moment, wenn ihr müsst. Und dann schneidet ihm den Kopf ab. Trefft mich am Weltenbaum. Ihr habt die Horde im Dienste des Todes geführt. Diesen Tag bereut ihr noch. Malfurion! Nein! Ihr habt ihn nicht getötet, Ork. Warum? Mein Angriff war ehrlos. Sein Kopf stand mir nicht zu. Dieser ganze Krieg ist ehrlos. Wie könnt ihr es wagen, so viel unschuldiges Blut zu vergießen? Für nichts! Nicht für nichts. Wir vergießen Blut, damit die Horde fortbesteht. Ihr habt Malfurion verschont. Also lasse ich euch die Wahl. Ich nehme ihn mit. Versucht mich aufzuhalten und sterbt. Oder bleibt dort hocken im Dreck. Und lebt. Auch ihr habt die Wahl. Ihr bringt ihn nach Darnassus und sterbt beide, wenn wir es erobern. Oder flieht. Soweit ihr nur könnt. Und ihr beide überlebt. Dieser Krieg ist verloren. Teltrasil wird fallen. Nehmt meinen Hippogryphen nach Darnassus. Sorgt dafür, dass die Besetzung durch die Horde so erträglich wie möglich ist. König Anduin gab mir einen Ruhestein aus Sturmwind. Dort werde ich mich der Wunden meines Liebsten annehmen und meinem Volk in diesem Wahnsinn beistehen. Wo ist die Horde? Wo ist die Horde? Wo ist das? Found ein Blut auf den Korps. referien. Ja, hier ist erkannt. Ein Königreich ist kein Ort, sondern ein Volk.